Das ist super, da ist er schon. Prima. Wunderschönen guten Tag, seid ihr mich am Abholen? Hallo Horst, wir machen gleich die Fahrstunde, Sie sind ein bisschen später dran. Ich fahr ja nicht, ich bin ja heute, ich gucke ja heute mal zu. Jetzt fahren wir links. Ja, wie heißt sie denn? Melanie. Melanie, ja dann fahr mal zu Melanie. Vorsicht, ich fühl mich am Anschnallen, nicht in ne Kurve. Warte, hör mal, du darfst die Kurve nicht so scharf nehmen. Sag ihr dat mal. Ihr denkt am toten Winkel, ihr denkt aber auch bitte dran, dass ich heute Kassler zum Mittag hatte. Fahr nicht so ruckelig an, Herzelein. Weißt du, ich hab Kassler hier gesehen, ich komm hier, komm, alles. Weißt du, wenn das so am, dann arbeitet sich gar nicht so bröck. Hier bin ich auch schon lang, hier fahr, Montanoshof, sehr gefährliche Ecke. Hier hast du auch die ganzen Omas, die geben hier richtig Gas. Fahr langsam, Schätzelein. Fahr schön lang lang. Die nächste Rechtsmelodie, ne? Ja, nächste Rechtsmelodie. Ja, schön. Ich bin im Moment Single, weißt du? Ja. Ja, der Waren fährt ja praktisch selber. Der ist ja idiotensicher, ne? Wie heißt du, Melanie? Sag mal, Melanie, meinst du, du kommst dazwischen die Fahrzeuge? Hier rein, guck mal hier. Doch, das schaffst du, probier mal. Probier doch mal, mein Gott. Wenn angenommen, das wäre der einzige Parklass, der frei wäre, dann müsstest du ja reinfahren. Was man kann's sagen, sag? Weißt du, typisch, wow. Also, das kann man sich nicht immer auswählen. Hallo, redet nur einer mit mir. Vorsicht, Vorsicht, du musst auch in der Bremse treten, wenn sie dat. Ich hatte schon meine Ehrfrau fragt und ich lasse mich nicht verhasen. Ich kriege Kreislauf hier hinten. Die fährt sich ein zusammen, da fällt mir nix mehr ein. Hat die den Blinker gesetzt? Ja, hat man doch. Ja, Entschuldigung bitte, der Waren ist so luxuriös, da ist eine Geräuschkulisse gar nicht zu hören. Und, ja, heute Abend hab ich ja noch nix vor. Gar nicht, ich bin frei. Habe nichts vor. Ein Tiger, der keinen Auslauf hat. Weißt du? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Abend anfangen soll. Da hätte man Lust, irgendwo hinzugehen. Aber wer geht wohl mit? Hört mir überhaupt einer zu? Oh, das schafft sie nicht, das schafft sie nicht. Auch dich schon viel zu weit vor. Bist du weit vor? Ja, ich kann hier nicht weg, ich habe Rücken, Schitzelein. Weißt du, nach ihr fühlen? Ja, Kuppeln, dat is ja auch meine Sache. Weißt du, und dann geht's dir. Ja, ich bin ja dabei. Bist du aber nicht meine? Ja, an was ich alles denken muss, weißt du. Und hinten sitzt so ein Tiger. Weißt du, Schitzelein, du machst das schon. Guck mal, wie sie schön am Einparken ist und alles. Das macht das schön. Ja, Melanie, nicht so schnell. Du wirst am Gas geben. Fahr vorsichtig. Ich geb noch nicht mal Gas. Die hat einen Ton am Leib. Du bist nicht mal volljährig. Ich muss mich, glaube ich, zu behandeln lassen von einer halbvolljährigen. Schitzelein, pass links auf. Du bist mit dem Spiegel schon fast hier in der Schnauze drin. Oh, oh, oh. Habt ihr eine Pflicht? Angenommen, sie würde einen umbieten. Fährt sie links rüber. Aber Vorsicht, wenn hier ein Fahrradfahrer kommt, da bist du angeschissen. Oh, oh, oh. Ich hatte mir das Tempo reicher vorgestellt. Hat es ein bisschen gedauert? Könnte ja mittlerweile wieder einer vorbeiziehen. Ja. Ja. Die, 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 die. Kannst du es ein bisschen los? Jetzt musst du mal schauen, was er macht. Will er aufhören? Nicht zu dem Fall ein bisschen alles. Das Gräbenmöcherland mit seinen schönen Bauern. Das Gräbenmöcherland. Guck mal, ein bisschen lauter. Weil du meinst, du kannst. Wenn ich mich alleine am amüsieren. Ja, wenn ihr nicht mit mir reden wollt. Weißt du, ich finde fahren, fahren ist auch Geselligkeit. Das ist nicht nur stur nach vorne gucken. Ich finde fahren ist auch Geselligkeit. Gerti! Hau auf, schmacht Führerschein. Hau auf, schmacht Führerschein.